hallo alle zusammen ich hoffe es geht euch allen gut da draußen die nächste tanki ist fertig dies mal wieder ohne kameramann deswegen nur mit einem klöppel diese hier habe ich außen satiniert also den klarlack noch mal aufgebrochen und bei der hört man jetzt mal sehr schön die eine seite die oberste ist nicht pentatonisch gestimmt das ist also die normale c dur tonleiter mit ein kleines vorspiel hier ist das fiss das heißt hier kann man nicht einfach drauf los spielen weil sich manches zusammen nicht so gut anhört darfst du dann aber solche melodien spielen die andere seite ist gestimmt auf moment auf jeden fall pentatonisch in der tonleiter pygmy grad hinstellen grad hinstellen so sehen die dann aus das bimmel was er hört ist von den ziegen bei interesse e mail adresse steht und drunter freue mich immer sehr über aufträge macht auch spaß die zu bauen jede eigene noch mal eine neue herausforderung ansonsten wünsche euch alles gute alles liebe macht's gut schau